Es gibt Programme für Ausländer, um die 70% des Kaufpreises zu finanzieren. Ein Angebot kann doch in den Verhandlungen stärker sein. Vom Verkäufer bezahlt Maklergebühr inklusive der Kaufmärkte. Transfersteuer. Vom Käufer bezahlt Anwalt des Käufers, Menschentags, Hypothekensteuer. Käufer sollten mit durchschnittlich 60 bis 90 Tagen ab dem Tag echnen, an dem sie das Geschäft abschließen. Immobilien eingetürt zahlen monatlich die üblichen Gebühren und die Grundsteuer. Variieren Sie stark zwischen Gebäuden und Nachbarschaften. Der Durchschnitt liegt zwischen 2 und 3 US-Dollar pro Quadratfuß pro Monat. New York Cases unterstützen die Hausverwaltung für Ihnen. Wir sind da für Sie, um Ihnen die besten Immobilien zu zeigen, die auf Ihre besonderen Umstände zugeschnitten sind. Wir sprechen nicht nur Ihre Sprache, sondern verfügen auch über die Verbindungen, die Ihren Einkauf bei jedem Schritt erleichtern. Schöterleichter